ja und willkommen warte ja wir sind wieder zurück bei portal 2 im dienst der wissenschaft wir haben beim letzten mal in welt hier in der vierten testkammer haben wir aufgehört haben jetzt noch drei testkammern dort vor uns dafür dürfen das jetzt ab können wir die jetzt auswählen oder wenn wir da drauf drücken dann kommen wir in ein anderes level also ich würde einfach mal sagen wir gehen einfach mal rein geht direkt zu 7 okay weil ich habe mich gefragt wie hat denn funktioniert wie man es weiter macht nachdem man einmal aufgehört hat aber dann wahrscheinlich auswählen ja unser fortschritt muss er gespeichert werden für die wissenschaft und für die ordnung oder so in der art geschafft ungeachtet dessen was ich auch versuche euch zu entzweien oder zu zerstören testen wir weiter unsere freundschaft kann nichts trennen ja gott habe ich gesehen hat da so ein sprung ding war also ich würde einfach mal sagen unsere freundschaft kann nichts auseinanderreißen nicht mal genau was wohl passiert mein controller gehen schon wieder die lichter an weil ich drücke hier kommen wir übrigens zurück ok erstmal situation analysieren aber jetzt mal rein ja hier kann man rein ok ja moment da muss so ein portal wahrscheinlich reinpacken damit einer dadurch kann wir wissen dass wir dieses wind dadurch kriegen irgendwie dahin ja jetzt muss er darüber springen muss ich den hier machen ja genau so muss man halt machen ich glaube jetzt musst du rauskommen das macht dieser schalter ich kann nicht genau erkennen was er macht und da macht das ding auf und da drüber in der mitte was ich meine da oder du machst du ein dann ich mir natürlich glaube du bist es nach oben kommen ja ich kann ja genau da genau funktioniert jetzt musst du für mich warte mal moment wie komme ich denn da hoch weiß ich kann kein ding da platzieren das sind zauern davor na ja jetzt jetzt ist das hier wieder weg und ich komme ja auch nicht weg ich bin hier gefangen und wir werden wir sind da zurückkommen überhaupt das ist eine gute frage warte mal mehr oder sterben sei ruhig warte mal geht man ja noch runter wo bin ich denn hier jetzt wissen du ich bin da wo ich bin da drüber wo hier dieser wind herkommt ein darüber wenn ich erwarte mal hier ja vielleicht kannst du vielleicht helfen vielleicht wenn du moment ich glaube ich weiß es versuche hier hier auf der plattform noch ein portal zu machen so kann ich nämlich nach oben kommen naja genau das ding ja nicht zu großen nähe zwischen euch ja meinen versuchen euch zu entzweien lernte ich etwas über vertrauen und verrat eure gehirne sind zu winzig für diese gefühle also kann ich euch vollstens vertrauen war es nur abgeladen aus wir werden dir in einem metallischen hintern treten ja unsere freundschaft was wir alles schon durchgemacht haben das wir uns nicht auseinanderreißen mein gerne ist gigantisch ich habe sogar ein foto davon wie auch jemand hat noch mal von spongebob war das sind einladen aus wo ich gerade sagen dass sie sieht man nach in einem großen rätsel aus also unter uns ist wind was löst dieser schalter da aus ach so er verändert den wind also einer muss auf jeden fall da rein schon mal schickt mich da schickt mich da mal rein ich gehe rein das sehen wir was war was hier bestimmt den letzten ding war ich drin alle jetzt auch mal da reingehen über diesen stacheln naja sind stacheln du musst mir irgendwie versuchen den wind her zu schicken also jetzt komme ich ja nicht hoch kann ich nicht ich kann da nicht durchschießen ich weiß du musst hat na ja genau na ja und ich muss dann anscheinend hier die ganze zeit aufpassen damit hier nicht ich denke schon bewegt sich dort da wird gar nicht da unter dir hinter dir ist eins so unter dir hinter dir müsste eins sein ja ich hab's gesehen das war so eine presse gewesen sind die kam außen nichts da muss man abteilen auch noch cool ich werde mich todes wo sich dann noch mal hinein begeben ja also du musst um die portal da kann man ich kann nur hat dingen vor und zurück packen ja ich muss mich um die portale kümmern wenn man während du mich dadurch los okay da mit dem ding muss ich teilen dann ich muss dann immer das blaue und das dunkelblaue portal setzen jetzt unter dir genau da ja warte das jetzt ja ist so unten lass es hochgehen und weiter ich wollte gerade sagen unter dir ist das portal jetzt schaffen wir das wir schaffen das ja ich muss sagen uns warum über der ist auch ein portal ja da muss ich dann direkt nach unten drücken am besten ja und dann musst du nach links ist glaube ich der rechts ich weiß gar nicht wie ein portal da ist und drehen und richtig da ist jetzt irgendwo geschützt was soll ich machen ich glaube ich glaube schon warte mal vielleicht schau ich habe es ja die idee zu grabben ich weiß nicht was du gemacht hast aber es hat glaube ich funktioniert irgendwie schon damals kommt jetzt da kann man ganz klar machen ich bin mal gerade von deiner perspektive ja irgendwas kann man muss ich mit dem blog machen den brauchen wir ja dann kann ich hier erwarte hier hatte ich kann ich da rausholen kannst du mich rausholen ja der warte kann ich nicht doch warte wie mache ich das so und dann so kommst du da irgendwie hin ich komme nachher warum nicht ganz im würfel irgendwie da empfangen eine ich muss dahin glaube ich warte warte ich kann allein kommen jetzt komme ich jetzt muss ich darüber kommen wahrscheinlich weil hier ist nämlich bei mir ist bei mir ist jetzt die wand nehme ich hier weg hast du da irgendwo ein schalter wo du drauf drücken kann ich habe hier gar nichts das einzige was ich habe ist der würfel okay wie soll ich denn dann nach mal kommen wollen wir mir ist jetzt das ding ja weg hier das schildchen näher also habe ich vielleicht irgendwie fehler gemacht haben haben wir uns jetzt selbst gesauft glückt glaube ich nicht ich gehe mal hier durch ich lasse mich nicht sterben naja ich sehe ich mal was du hier gemacht hast ja ich kann ja nicht zurück kann dann jemand den schalter ja operieren irgendwann übersehen wir ja wieder ich kann ja ich kann hier was machen ich kann da dinge schießen aber da kommt ja nicht dran ich habe sich dem würfel irgendwie darüber zu packen gar nichts glaube wir müssen neu starten glaube ich nicht so ist das spiel glaube ich nicht konzipiert manchmal ist er nicht durchsichtig dass der wand davor ich komme da nicht durch ich meine aber der strahl kommt über die daran ja war da komme ich aber nicht dran aber legt gerade ganz bei dem portal der portal irgendwie muss musst du mein strahl irgendwie bekommen dann kannst du nämlich da in der mitte wieder rausgehen nehme ich an denke mal aber wie das an wieso geht das jetzt aber keine ahnung bringe mich mal nach oben da geht ja nicht nein ja oder doch warum so da den würfel empfangen ich habe mich hat den würfel einfach mal oder musst du jetzt zu mir kommen ich würde es mal raten du musst jetzt bin ich wirklich ich würde raten du musst du musst es mir irgendwie den würfel geben damit ich den hier drauf packen kann dann müssen wir überhaupt hin da müssen wir doch für andere wie soll man da hinkommen ich weiß es doch nicht der bringt auch nichts so kann man mit dem wirftigen zurück wenn man da durch dann kommt hier bei mir zurück mit dem würfel das musste irgendwie irgendwie darunter da ist er tot ich kann hier stehen mal mit dem würfel hin packte man ja hin und das wüsste ich jetzt auch nicht warte mal wissen moment du musst einmal umlegen also na da packte man ja auf den schalter wird schon richtig sein ich habe sagt wir müssen wieder etwas schwerkraft mäßiges machen weil jetzt weil hier ist so ein dinge nämlich dass irgendwie darüber schießen kann wieso kann ich nicht markieren ich habe knopf war ja ich nehme an wir müssen dann diese rüber geschossen werden na denke ich ja auch also müssen wir wieder die schwerkraft nutzen das heißt einer müssen irgendwie versuchen darüber zu kommen kann man wahrscheinlich auch mit dem würfel ok ich bleibe aber nicht gut ich bin einfach unter gesprungen so geh du mit dem würfel darüber als erstes weil du musst da den würfel drauf tun glaube ich sich runtergefallen ja trainwürfel irgendwie da runterschmeißen kann ja hier kommt der würfel drauf genau offen der der richtet hier eine treppe der blätter da ja 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 mit dem wind ist aber immer noch einfacher als hat man davor noch mal gemacht die brücke aber ich muss auch sagen dass mit dem wind war fand ich auch sehr cool der brücke das hat mich teilweise so verwirrt ja apropos brücke ich habe die verwaltung suche da und wir sagen wir nicht mehr hoch wir sagen wir nicht gekommen nein zu spät geschützte ich glaube du bist ein schild leicht dahin packen merkt er dunkelblaue unter uns war so ein dingen das ist das ist total nicht gesetzt so du musst gleich irgendwo ein schiss drohnen da unten verstehe ja weiß nicht irgendwo kann sagt nicht hier aber so platzieren jetzt gehen wir da runter wir können doch irgendwie können doch nicht umdrehen nein ja ich lebe noch nein du musst auch hier sein verdammt warte mal irgendwie komme ich ja nicht raus wissen du jetzt ich bin schon am ausgang wie du bist aber ausgang wie erst hatte gemacht ja ich bin hier unten irgendwo gelandet ich kann ja irgendwie nicht raus gerade jetzt ja ich habe schnell schnell das andere portal dahin gesetzt ja also ich bin jetzt hier unten gelandet keine ahnung wie wir es gemacht haben aber wir haben es gemacht da oben ist wind da oben machen wir mal hoch treffen die sind überall drohen du musst irgendwie immer wieder die schilde da gott wo habe ich noch mal mein welchen noch mal platziert und das rote wo müssen wir ein hin da müssen wir machen da wir müssen nach oben okay tschüss bist du wenn hier okay und und wieso müssen wir darüber vielleicht keine ahnung wo wir lang müssen warte mal sagen wir den strahl dahin bringen ja genau machen wir dahin tschuldigung was gerade passiert ich weiß muss dich erst mal wieder hoch bringen gott warte war fast durch ja ich weiß aber aber wir es machen müssen nicht ja ich weiß wo wir den streit hängen hin lenken müssen so ich komme nicht durch doch ach so ich bin sehr durch genau okay okay komm hoch ich komme hoch so sagen wir es mal jetzt passt auf wir machen das jetzt so ja ja war ja einfach wo ich gerade sagen das wäre jetzt wirklich einfach okay okay geht ich hoffe ja wir müssen den strahls nach dahin lenken und ich hoffe ja 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 schuld nicht mehr in den nächsten geschütze hallo hallo okay wir können von hier aus noch den wind jetzt weiß ich nehme an da muss ich ein schild oder so ihn platzieren ja ich glaube schon weil sonst nicht immer du musst den strahl hier im partner aber dann werden wir ja abgeschossen ja du kommst du kommst dran wo die barriere ist da unten da unten kannst du sehen wenn wir nicht okay aber nicht ja ja dann packt du mal im winter bringt im frischen wind wenn die sache frischen wind ja gut war sicher wie ich in diese situation gekommen normal noch mal also ich glaube glaube auch dass wir jetzt so ziemlich beim letzten bereich sind ich selbst mal erst bei den neuen wind ja man auch so irgendwie so bonus bereiche oder meint von dieser level und diesem level her da unten müssen wir hin irgendwo da unten war irgendwie was da konnte ich platzieren glaube ich ja ja da unten sind drohen ja da hätte ich dann schild platzieren müssen wahrscheinlich ich denke ja vielleicht tot war ging das ein bisschen schlecht da unten sind drohen ja da wo man sich da passiert dort dort genau wo der wind ist ob das es geht versuch es macht ja aber dann muss ja jetzt patienten ich glaube ich habe das richtig ist nein nein ja du musst ja nichts damit sehen irgendwas machen wir falsch ich muss nur wissen wo ich mein schild ein platzieren muss eigentlich wenn ich sterben dann bringt nichts du musst ja da dein ding sind platzieren ja muss denn ja was für mich ich glaube ich habe es ja war so ein schild platziert dann das heißt da kommen wir durch ok sterben alle gut man steht wahrscheinlich hier da entfernen ok 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 save so jetzt brauchen wir noch die dass wir nur noch die compact disk finden werden die schon wieder verschlammt ich habe sie gut rein da rein da rein da rein da rein da das system hat wieder strom ich bin voll verbunden ich kann alles sehen und es ist nichts passiert sehr schön aber wir haben die vierte testkammer abgeschlossen warum gehen wir denn immer kaboom ich habe ich eine überraschung für euch eine sonderbonus strecke an deren ende wir menschen finden und befreien dank euch weiß ich wo sie sind ich habe schon alle sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den notausgang aktiviert alles was ihr zu tun hat die menschen zu befreien sie danken euch sicher mit einer party meint es gibt kuchen da müssen wir hin da können wir uns bis zum nächsten mal gedanken machen weil jetzt schon wieder 30 minuten schon wieder 30 minuten na gut dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt portal 2 geht es ab in die 50 testkammer ja wie sie davon eine perspektive aus ich weiß es nicht ich habe nicht hingesehen ja jetzt ist beschwindig ja gut ciao ciao